SWR 2 Zeitwort Einfach super, wie schnell dieses Fototrope-Glas dunkel und wieder hell wird. So heißt es in einem Werbeslogan über Mager-Faulstichs grandiose Erfindung. Das war ein Glas, das so zusammengesetzt war, dass es selbsttönenden Charakter hatte. Das hat nichts mit Beschichtung zu tun, sondern das waren Stoffe in dem Glas selbst, die auf Lichteinfall reagieren. Erklärt der bei Schott auf die Unternehmensgeschichte spezialisierte Jürgen Steiner, die bis heute sehr praktischen Brillengläser. Am 15. Mai 1972, nach unzähligen Versuchsschmelzen mit verschiedensten Rohstoffen und unterschiedlichsten Zusammensetzungen, hatte Mager-Faulstich die richtige Mischung für das Glas mit dem abtönenden Effekt gefunden. Das sind spezielle Metalloxide, die eben dann dazu führen, dass sich das Glas selbst verfärbt bei Sonneneinstrahlung. Und genauso den umgekehrten Effekt, wenn man dann von draußen nach drinnen geht und es keine Sonneneinstrahlung mehr gibt, dann färbt sich das Glas wieder von dunkel nach hell, sodass es eben wieder ein klares Glas ist. Auch wirtschaftlich war diese Entdeckung interessant. Jürgen Steiner. Wenn man dieses phototrope Brillenglas nicht gehabt hätte, hat man ja zwei Brillen gebraucht. Eine normale Brille mit klarem Glas und eine zweite Brille, die man dann bei hoher Lichteinstrahlung aufgesetzt hat. 1915 in Weimar geboren, arbeitete Mager-Faulstich sich ganz nach vorn. Von der Laborassistentin über das Chemiestudium bis zur Abteilungsleiterin und weltweit gefragten Expertin auf dem Gebiet besonders schwierig zu schmelzende optische Gläser. Zuerst noch am Ursprungswerk in Jena beschäftigt, zählte die junge Frau zu den 41 ausgewählten Spezialisten, die auf Befehl der Alliierten nach Westdeutschland umgesiedelt wurden, um die Forschung auch dort voranzutreiben. 41 Glasmacher wurden von den Amerikanern mit in den Westen genommen. Und da war die Frau Faulstich mit dabei als eine von lediglich zwei Frauen. Und sie hat dann hier in Mainz ganz maßgeblich mitgewirkt beim Neuaufbau des Werkes im Westen und hat dann eben auch Führungsaufgaben übernommen bei der Entwicklung optischer Gläser. Viele Beschichtungstechniken für entspiegelte Brillengläser und Schaufensterscheiben oder Sonnenschutzfenster für Gebäudefassaden gehen auf Mager-Faulstichs Mainzer Grundlagenforschung zurück. Die ehrgeizige Glaschemikerin war selbst Brillenträgerin. Diese Erfahrung mag sie vielleicht auch zu ihrer weitreichendsten Erfindung inspiriert haben, das Leichtgewicht Brillenglas. In Fachkreisen Schwerflint 64, kurz SF64 genannt. Statt den bisherigen dicken Brillengläsern auch Glasbausteine genannt, schmückten plötzlich filigrane und typgerechte Sehhilfen die Gesichter der Menschen. Die Mainzer Allgemeine Zeitung titelte damals »Neues Glas aus Mainz ersetzt künftig die Bullaugenbrillen«. 1973 wurde das Leichtgewicht Brillenglas als eine der 100 bedeutendsten technischen Neuerungen des Jahres ausgezeichnet. In ihrer Zeit bei Schott war Mager-Faulstich an der Entwicklung von über 300 Typen optischer Gläser beteiligt. Gut 40 Patente tragen ihren Namen. 1998 ist die tüchtige Wissenschaftlerin gestorben. Aus dem Geschäft mit den Brillengläsern hat sich die Firma Schott inzwischen zurückgezogen. Jürgen Steiner. Es gibt nach wie vor noch Brillengläser aus richtigem Glas. Aber dieser Anteil, der wird zunehmend weniger, weil das Basismaterial, sprich das Glas, immer stärker ersetzt wird durch Kunststoff. Das war ein Aktionsstoff. choppק